Jo Leute, was geht? Drop dein Like, drop dein Abonniere und aktiviert die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Außerdem joint auf meinen Discord. Erstens geht der Beschreibung und du und viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, sorry, dass ich momentan so inaktiv bin. Siegt daran, ich hab Corona und mir geht's extrem schlecht. Von daher gibt's heute einen Re-Upload. Auch korrekt schaut ihr das Video auch, wenn ihr es schon kennt, bis zum Ende. Und ich wollte halt nur irgendwas wieder hochladen, weil ich sonst zu inaktiv bin. Das war halt grad mega schade, weil ich mir richtig viel Mühe gebe. Aber kann man nicht ändern. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin aktiv und jetzt viel Spaß mit dem Video. Leute, was geht? Keine Sorge, ich mach hier grad die Atmen-Pose. Ja, richtig, ich bin jetzt professioneller Atmen. Ich bin hier, um euch meine krassen Atmen-Skills zu zeigen. Sollten sie auch Probleme mit Trollern haben, kontaktieren sie mich. Atmen-Anzug an und nun ab zum Support. Ey Leute, eine Sache wollte ich schon immer mal machen und nun kann ich's endlich machen. Oh mein Gott, nein. Oh nein. Das war nicht meine Absicht. Ach so, zum Glück bin ich Medic. Oh, rechte Abuse. Oh. Kannst du mich loslassen? Nee. Ach Junge. Ja, viel Spaß. Vielleicht müsste er ankommen. Da ist er. Ja, also das war schon ein ganz klares Fail-RP. Ah, Bruder, Dennis war schneller. Ja, ja, geh mal wieder. Ich mach den Support-Fall. Ja, alles gut. Hä, Junge, warte, 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 warte. Der Typ hat mich grad von oben hier runtergeschmissen. Du hast ein Supporter, das glaub ich dir jetzt nicht, ne? Hä, was? Ich schwöre sogar. Hast du Klipp? Ach Junge, willst du mich flacken? Ja, schönen Tag dir auch noch, Dennis, ne? Danke. Ha, ha. Niemand glaubt dir. Ey, wieder belebt mich mal wieder. Ich geh mal. Tschüss. Ach Junge. Oh, der Arme. Der macht grad seine Fahrschule. Ähm, hallo, machst du grad deine Fahrschule? Ähm, dein Auto backt. Ich muss kurz reparieren. Ja, noch einen schönen Tag. Man sieht sich. Aber einmal muss ich da noch durch. Mä, 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 bumm. Und er fällt runter. Und so, meine Freunde, löst man jeden Support. Ich teleportier jetzt irgendein Random hierher. Ähm, hallo? Warum hast du grad gevdämt? Was für gevdämt? Ich hab grad eingereist. Nee, du hast grad gevdämt. Was hast du zu seiner Verteidigung zu sagen? Was laufst du? Also, du weißt schon, dass die Chorler nicht akzeptiert werden. Hier viel Spaß hier oben. Das hab ich gut gemacht. Ich hab jetzt mal den Staatsbankraub gestartet. Aber soll ich euch was verraten? Man kann mich nicht töten. Denn ich hab Godmode aktiviert. Also, egal wie es endet, ich gewinne. Hörst du mich mal besser? Ähm, ja. Wer bist denn du? Ähm, ich bin der Dennis. Der Dennis bist du. Ich mach jetzt grad einen Staatsbankraub. Jetzt geh mal. Du machst einen Staatsbankraub? Ja. Und ich soll gehen? Ja. Alles klar. Ja, ja, besser ist es, dass du gegangen bist. Was? Was ist? Hast du mit mir geredet? Ach, Mann, es kommt keiner. Da muss ich woanders hin. Ey, ich seh grad, die machen hier einen Ladenraub. Würdest du sagen, den übernehme ich mal. Ja, hallo. Hände hoch oder es knallt. Was? Hände hoch oder es knallt. Was für Hände hoch oder es knallt. Da hast du deine Hände hoch oder es knallt. Hier. Wer bist du? Da ist jetzt mein Ladenraub. Hallo. Ja, guten Tag. Ich übernehme diesen Ladenraub. Ach, hier ist schon wieder ein Atmen. Ich liebe dich arg heute. Ah, guten Tag. Ah, nicht hochwelfen. Nicht helfen. Wieso? Ich hab die getötet. Ey. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ey, was schießt du auf mich, hä? Ja, Arkei, Bruder. Was schießt du? Jetzt geh raus hier. Raus. Ich will doch hier nur in Ruhe meinen Ladenraub machen. Und hier tut einer so, als wäre er tot. Ey, kann das mal als PD bitte kommen? Die kommen eh nicht. Ah, da kommt einer. Perfekt. Geh mal nach hinten, Geisel. Ah, was stichst du mich ab, Junge? Wer bist du? Was stichst du? Was stichst du? Ah, was stichst du? Hey. Was stichst du mich? Stipp jetzt. Was stichst du mich? Ja. Ich hab's überlebt. Gehen Sie... Ey, was schießt du? Digger, dich nochmal. Ich habe eine Geisel und möchte gerne verhandeln. Machen Sie sich keine Sorgen, Unremeldeck. Sie wollten mich schon dreimal abschießen. Also, ich möchte gerne, dass du hier im Chor singst. Ich kann nicht singen mehr. Ey, wir machen doch gerade Rösti Pommes. Geh doch mal weg, ja. Ja, wir machen hier wirklich Rösti Pommes. Ja, dann singen Sie mal. Wir können nicht singen. Ja, aber ihr müsst singen, um das Leben der Geisel zu beschützen. Ah, Hilfe, hier wird gefeiert, Pete. Oh mein Gott, Sie sind mein Lebensretter. Ja, jetzt singen Sie bitte. Entschuldige, einen Kollegen, der hier singt. Warten Sie, warten Sie. Wie viele Komplizen haben Sie da? Ich hab gar keine. Gar keine Komplizen? Das wird sich ungünstig. Wieso? Ja, weil wir sie jetzt hier einfach tasern könnten und dann wäre es vorbei. Das würden Sie nicht schaffen. Ich würde sie bei dir umscheppern. Oh mein Gott, da hinten kommen mehr Kollegen. Ja, ja, das ist der dabei, der für Sie singt. Okay, um mich zu besiegen, braucht ihr aber mehr als einen Taser und vier Leute. Ey, die besprechen safe, mich einfach zu stürmen. Aber dann werde ich alle töten bis auf einen und dann muss der für mich singen. Hier ist der Herr, der für Sie singen möchte. Ey, Jungs, geht nacheinkommen. Ja, dann singen Sie. Was soll ich singen? Ja, irgendwas, was Ihnen gerade in den Gedanken rumfliegt. Ich muss ein Lied sagen. Kann ich auch Rap machen? Ja, Rap einfach. Nein, sagen Sie mir was, wenn ich sage. Ja, Rap. Ja, aber was? Ja, irgendwas. Nein, Sie müssen schon was sagen. Ja, sag irgendwas. Alle meine Entchen. Das ist kein Rap, aber Rap ist einfach. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Ja, wie geht's weiter? Oh mein Gott, du hast so reingeschissen, aber du kannst dir die Geise nehmen. Ich mache mir jetzt einen schönen Abend mit dem Geld. Ja, ihr könnt die Geise nehmen. Oha, warum wird hier geschossen? Dinger, warum wurde hier geschossen? Ey, da schießt ja noch einer. Ich helfe mal kurz der armen Polizei, weil die schafft es sonst nicht. Ihr habt meine Freunde getötet. Ey, die haben doch auf uns geschossen. Oh mein Gott, Digga. Ey, was ist das hier? Der Typ mordet doch, Digga. Ey, Jungs, ich habe sie besiegt. Die haben meine RP-Situation kaputt gemacht, die Raudi. Ich bin ganz traurig. Hier liegen einfach mehr Leichen als sonst was. Ey, Leute, was geht? Ich bin der absolute krasse Aim-Boss. Und ich habe hier gerade den ganzen Server rasiert. Und auch diesen komischen linken Typen hier. Den habe ich auch miese wegrasiert. Gar nichts hat der. Och ey, der hat, ey Bruder, der hat so kassiert. Ne, es war nicht mehr normal, wie ich dich rasiert habe. Was redest du? Oh mein Gott. Sprich mir mal echt, ob deine Videos echt nicht fake sind. Ja, man muss erinnern. Ist ja wirklich nicht fake. Du schneidest das jetzt hier noch mit rein, dass deine Videos nicht fake sind. Ey, sorry, dass ich hier gerade mit meinem Blister flexe. Aber das musste einfach sein. Ich hatte schon viele Jobs. Ich war Admin. Ich war Einreisebeamter. Ich war VfM-Mitarbeiter. Ich war einfach gefühlt alles. Aber heute bin ich Guide. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Ich mache jetzt Praktikum zum Guide. Mal gucken, ob mich die Leute hier respektieren. Ah, ah, ah. Hallo, bleiben Sie mal kurz stehen. Ähm, hallo, der Herr. Können Sie kurz in den Support kommen? Wieso? Du hast was falsch gemacht. Wer bist du denn? Ich bin Guide. Du bist Guide. Ja, komm einfach mal kurz in den Support. Hier wartet eine andere auf dich. Du hast gerade Erdem und VDM gemacht. Ich habe Erdem und VDM gemacht. Ja. Okay, man sieht sich. Tschüss. Nein, nein. Oh mein Gott. Also das war es komplett. Ey, wenn ich jetzt Bannen kriege. Ehrenlob. Ach, Gott, Digga. Was machst du hier? Ich will RP machen. Hallo. Oh mein Gott, Digga. Ach, Gott. Also mit zwei möchtest du das ungern machen? Hallo. Hallo, wir machen drei Jahre eine Reise. Ja, was wollen Sie? Stellen Sie mal die Fragen hier langsam. Wir warten hier schon. Einmal bitte eure IDs, ja? Ey, niemals. Ich muss hier die eigene Reise machen und die kriegen einfach so eine Reise. Nein, die hatten das vorhin schon Gespräch. Ne, hatten die nicht. Niemals hatten die Gespräch. Ey, das ist unfair. Ey, hast du das gesehen? Das war gerade Korruption. Ah, Koi. Ich liebe dich. Hallo, ey. Lass mich doch einfach rein. Nein, nicht noch eine. Hallo. Ah, Koi. Ganz ehrlich. Ah, Koi, Junge. Mein Gott, jetzt kann ich RP machen. Komm, wir machen jetzt ein bisschen Noclip-RP. Hallo, mein Name ist Manfred. Ich habe eine eigene Sendung und werde gerade von einem Admin verfolgt. Ja, guten Tag. Hallo. Wie kann ich ihm weiterhelfen? Du machst gutes RP, hoffe ich, ne? Mein Gott, ich rieche Kop-RP. Also, ich glaube, den Polizeiwagen brauche niemand. Nein, nein, nein. Akoi. Akoi. Hallo. Den braucht niemand. Ja, sag mir eine Person, der den braucht. Schreien Sie ein. Ja, okay. Das stimmt. Und der Wagen ist mir zu kaputt, wir nehmen anderen. Wir wollen hier keinen Fail. Ach, Mann. Magic. Magic, 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 Magic. Ich brauche eine Behandlung. Mal den denn hier ab, Alter. Ich finde hier die Leute nicht. Die, die hier am Buch. Schreien Sie ein. Akoi. Schreien Sie ein. Das ist offen. Das ist offen jetzt. Jetzt habe ich den Medic-Wagen. Steigen Sie ein. Der ist offen. Also, drei, zwei. Ah, ja, besser ist es. Ist hier eine Dame drin? Ich habe da eine Dame drin gehört. Oh, mein Gott, da ist eine Dame. Oh, nein. Darfst du nicht verlieren. Bro, das ist keine Dame. Boah, Bro, was ist das denn für einen Wagen? Die kann man gar nicht... Das ist wirklich so. Digga, das ist die Army. Was will die Army von mir? Oh, ey. Warum bin ich ausgestiegen? Ich wurde gefesselt. Ah, nee, ich wurde gefreezed. Oh, mein Gott. Das sind viele Leute von der Army. Wie bestichen. Digga, aussteigen. Akoi. Ey, das war kein VDM. Ich bin nur weggefahren. Ey, wenn das VDM war, dann bin ich Santa Claus. Ah, guten Tag, der Herr. Also, Sie sehen hier, ich habe hier eine Geisel. Okay, dann setze ich mal auf den Boot und mache den Schuh-Schuh-Zug. Geisel, du machst schacke, 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 die ganze Zeit. Schacke, schacke, schacke. Nein, die Geisel. Sind sie meine Geisel oder was? Schacke, 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 schacke. blow, schacke, schacke. Mann, das war richtig schlecht. Sie sind also die Geisel, mal so stehen. Ach, geinde. Hey, Leute. Soll ich euch was sagen? Ich mag den Server allein schon wegen der Frisur, die ich gerade habe. Weil komischerweise bietet kein Server diese Frisur an. Aber dieser Server schon. Ach, und nun widmen wir uns dem Trolling. Heute ist ein guter Tag für R.P. R.P. Ich würde sagen, wir waren Ewigkeiten nicht mehr beim P.D. Also ab zum P.D. Oi, yo. Das habe ich ja auch noch nie gesehen, dass hier nicht dieses komische Haus steht. Der Laden ist auch pink. Also zumindest kreativ sind die hier schon mal. Oh, aber die haben das mit dem Treten nicht rausgenommen. Ah. Äh. Das ist jetzt mein Motorrad. Das ist schön. Oha, was ist denn da hinten los? Sie schaffen das. Los, ich glaube an sie. Oh mein Gott, sie sind der King. Äh, mein Freund ist hier da. Ähm, ich habe meine Waffe bei Ihnen vergessen. Oh, nee. Ich gehe mal, okay, naja. Tschüss. Nee, sie bleiben hier. Ja, ja, ich kenne sie. Äh, was ist los? Ah, gut gefaut, der. Wer bist denn du? Hallo, der Herr. Ähm, ja. Nee, 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 nicht raufbring. Ah, nein, nein, nein. Hallo. Nicht raufbring. Du darfst dich nicht befreien. Du darfst dich nicht befreien. Hör mal, Belina. Du darfst dich nicht befreien. Das war Buss. Hallo, was machst du da? Hallo. Ich gehe gleich in die Suppe mit dem Quip und dann wirst du gewandt. Nee, nee. Hau ab, Digga, du. Ah, hier wird geboxt. Ah, komm, ich verpisst dich, Digga. Hier wird geboxt. Ah. Ah. Oh, noch einer hier, oder was? Ah, nein. Ah, ah. Ah, nein. Ich kassiere. Zwei gegen ein ist auch unfair. Ah. 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 Ah.